Sitzfleisch braucht nur der, der kein Verständnis für Wagner hat. Man hält die Zeit ganz leicht aus und sogar bei Dresden und Isolde, die die längste Oper ist, ist es zum Schluss so, dass man sagt, schade, dass es aus ist. Eingestimmt in das heurige Jubiläumsjahr startet man nun in die Vorbereitungen, sodass es auch heuer wieder ein voller Erfolg wird. Ich habe letztes Jahr einiger meiner Freunde nach Wels gebracht, eingeladen zu Vorstellungen, die noch nie in einer Wagner-Oper waren, die relativ wenig mit Oper am Hut hatten bis dahin. Die waren restauf begeistert, weil die Produktionen in Wels, die Inszenierungen, wirklich eine Geschichte erzählen, die zeitlos ist und die, glaube ich, auch für jedes Alter ansprechend sein können. Weil man kann Wagner auf verschiedenen Ebenen begegnen.